Peace Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Heute ist für uns der 1. Januar und da würde ich auch noch für alle ein frohes neues Jahr wünschen. Und wir sind hier gerade bei so einem Wasserfall, da oben. Und hier laufen wir jetzt mal ein bisschen rum, machen sozusagen einen Neujahrsspaziergang. Hier ist auch noch so ein kleiner Fluss. Und hier mache ich das so wieder wie vorletzten Tag mit diesen kleinen Zehen, die ich dann zusammenschneide. Okay Leute, heute ist ja im Vlog noch nichts richtiges passiert und deswegen machen wir jetzt hier so einen Weltrekord. Glaube ich zumindest, dass es ein Weltrekord ist. Wir werden jetzt nämlich mit der Tischtenniskelle hier durchs ganze Hotel jonglieren. Und übrigens hatten wir gestern auch noch bei dieser Veranstaltung, da war halt diese Popsängerin da. Da haben wir hier so eine CD bekommen, so eine unterschriebene. Und dann machen wir mal die Challenge. Wir fangen ganz oben in der 7 an und laufen durchs ganze Hotel. Okay Leute, dann fangen wir mal an. Kilian läuft vor mir und macht mir dann mal die Türen auf. Dann würde ich sagen, let's go. Dann würde ich sagen, let's go. Dann würde ich sagen, wir mal die Türen auf. Musik 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 Ich weiß nicht, was man kann. Musik Okay Leute, jetzt ist Kedern dran, wir starten ihn an der siebten und let's go! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020